Gunzenhausen, Unternehmenszentrale von Pressmetall, Deutschlands führender Hersteller von Aluminium-Druckgusskomponenten. Seit Februar 2015 nutzt Pressmetall mit Robotware Machine Tending eine neue und innovative Option für die ABB-Steuerung IRC5. Sie haben eine Visualisierung am Roboter-Bediengerät, dem FlexPendant. Da können Sie die Anlagenkomponenten visualisieren und den Status entsprechend erkennen und können hiermit auch intuitiv den Roboter und die Parameter am Roboter ändern im Automatikbetrieb. Sie sind in der Lage, also wirklich die Anlage eine höhere Verfügbarkeit zu betreiben. Durch die Oberfläche ist es sehr einfach, da ich hier viele Symbole habe, die selbsterklärend sind. Wer an dem FlexPendant steht und die Software sieht, der wird sofort erkennen, dass das relativ simpel aufgebaut ist und dass es verschiedene Funktionen gibt, die man nutzen kann und auch schnell was ändern kann, ohne großartige Schulung. Die Vorteile entstehen dadurch schon alleine, dass wir im Automatikbetrieb Variablen und Parameter ändern können. Das heißt, die Kühlzeit im Kühlbecken, ohne den Roboter stilllegen zu müssen oder die Maschine anhalten zu müssen, können wir die Kühlzeit verlängern oder verkürzen. Der fortlaufende Betrieb führt zu einer Zeitersparnis von ca. 150 Stunden im Jahr und somit zu einer Erhöhung der Produktivität bei Pressmetall. Ich sehe die Software als klaren Erfolg und einrichtungsweisend in Bezug auf einfache Bedienung der Roboter. Die Entwicklung dahingehend geht weiter und wir sehen da auf jeden Fall zukünftige Aktivitäten. Oberlohn arbeiten Professors